Und es geht weiter, meine lieben Kollegas und Kolleganen, äh, wie auch immer. Wir schießen ja gleich den fliegenden Tintenfisch ab. Bock gehst du mal sterben, jetzt reicht's mir, mein Kollegah, jetzt komm ich hier mit großer roter Raumschiff. Rrrrm, ja. Viele Leute wissen, dass ich Fluglevel hasse. Einige liebe ich, aber ne, die aus Lego-Star-Style, die sind nicht so der Hammer. Außer, dass man da mittendrin nochmal aussteigen kann auf solchen scheiß Plattformen. Das ist doch echt gut gemacht. Ja, wo ist denn der grüne Hannes? Da, die ganzen, kriegt jetzt hier eine Rakete in den Hintern gebläht. Gehst du mal sterben, Junge? Ja, 1 von 5. Ja, packen wir's mal. Obwohl, ne, wir schießen erst die ganzen Typen ab, sonst vergesse ich mal. Guuu. Wow, das hat auch solche geilen Manöver auf, ja. Ja, schießen wir erst den grünen Keks ab. Ich hab den im... Hä, hallo, grüner Keks? Komm, wir wechseln der Traumschiff, das ist doch ein bisschen wendiger. Ja, wo bist du grünes Raumschiff? Verdeckt hinten den Fisch. Ah, da bist du. Ey, ey, ey. Du Kleiner. Willst hier abhauen? Dich tötet ich. Komm. Hallo? Komm, die Raketen sind aber todsicher. Ja, 2 von 5. Das gibt Geld, das gibt Geld. Jo, mal gucken. Da hinten sind die nächsten beiden Kollegas. Äh, 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 ich verlass die Missionzone nicht. Ah, da vorne, da vorne. Dich schieß ich mit einer Rakete ab, mein lieber Kollege. Ah, da hatten wir gerade wieder einen. Ah, der hier. Ah, äh, gut, nein. Das gibt Kohle. Ah, da hinten ist doch irgendwo der Blaue. Penner. Wo ist denn der? Ich seh den gar nicht. Wo ist der? Irgendwo soll er hier sein. Na, egal. Kümmern wir uns erstmal um den grünen Penner. Ja, immer schön die Raketen schießen, dann vibriert der Controller schön. Jetzt hat's aufgehört. Äh, jetzt fängt's wieder an. Ah, der ist immer, wenn ich da Geld krieg. Jetzt versteh ich das Prinzip erstmal, meine jungen Leute. Ah, da hinten, da, da, da. Du, Kollege, du, Kollege, du, Kollege, du, wir sterben. Äh, drei von fünf. Ah, ja, 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 wie viele Leute muss ich denn hier noch töten? Na, da hinten, da muss doch irgendwo der grüne sein, äh. Wohl, warte, ein kleines Wischenstopp, um diese Dinger da zu zerstören. Nummer eins. Ah, der grüne Kollege, ah. Okay, den mussten wir nebenbei immer erledigen. Ja, komm. Mach doch mal das, was ich dir sag. Oxen, du. Und ich möchte nicht runter, das Raumschiff. Da bleiben wir schön drüber. Jetzt machen wir nämlich so eine perfekte Wendung. Boah, wenn dann nicht immer diese kleinen gegnerischen Raumschiffe durchfliegen würden. Ja, perfekt. Ja, vier. Hey, äh, äh, grüner Kollege, grüner Kollege. Soll ich hier mit meinem Raketenraumschiff kommen, oder was? Ja, mal jetzt auch. Nein. Ah, vier von fünf. Ja, gut, hier können wir auch noch irgendwas machen. Dafür brauchen wir ein böses. Ein ganz böses Raumschiff. Da, der Geonosianische Sternen-Neger ist, glaube ich, böse genug. Hey, soll ich da den abschießen, Jungens? That's all. Sang-sen-an, du blood. Wenn jemand weiß, wem das Schiff gehört, der sage mir bitte Bescheid. Sieht so aus wie ein grüneres Leibwachen-Schiff. Ah, da hinten ist das Minikit. Ja, fünf. Gut. Ha, der Grüne. Ja, du denkst, ich kriege dich nicht, mein Junge. Ja, sechs von zehn. Ja, ich bin vorbereitet dieses Mal. Das glaubt ihr gar nicht, meine lieben Leute. Heute weiß ich, wie diese Pfeile zu beuten sind. Da vorne ist nämlich schon der nächste Banner aus Tirol. Ja, fünf von fünf und das Minikit hatten wir schon. Naja, besser als wenn wir es nicht hätten und dann wieder übersehen hätten und, äh, weiß ich nicht mehr. Aber wenn das mal hier ein bisschen übersichtlicher sein könnte, wäre ich den Machern schon wirklich dankbar. Okay, gehen wir erstmal hier rüber. Und parken. Hier ein. Lande Kallrissian. Ah, nee, im Englischen heißt der Land-O-Kallrissian. Das ist doch viel lustiger. Aber wenn der Lande Kallrissian heißt, dann ist das ja auch okay. Ja, auch so einen leichten Witz. Finde ich. Ja, wir zerstören hier alles auf den, äh, Plattformen. Nee, das könnte gut möglich sein, dass in irgendeiner Kiste irgendetwas drin ist. Ja, das ist schon möglich. Okay, gehen wir mal wieder durch den heißen Flur und, äh, bearbeiten diesen Gang hier, indem wir die Treppe aufbauen. oder diesen Gem-Wirgern. Einmal Hebel. Kann ja nicht schaden. Also haben wir hier nur eins von... So, eins von drei, oder, äh, Wassersprenger. Ja, du kannst da reinよgھurt. Ja, ich sing immer drei Stunden später weil ich das hier gar nicht höre über meine Headset, weil das immer so kacke ist mit dem Audiohören beim Aufnehmen bei mir. Ja, wie habe ich jetzt schon wieder? Wie viel habe ich denn hier als 7? Habe ich das gerade übersehen? Warte, habe ich da gerade eins eingesammelt? Boah, ich bin für echt vergesslich. Das kommt sicherlich, ja, hab ich. Natürlich habe ich das. Kann man hier noch weiter gehen? Nee. Einmal bitte wieder durch den schönen Krabbelflur, mein lieber Yorda. Meister der 7 Ringe. Okay, okay, okay. Ei, 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 ei. Ich kann auch nämlich einen Erfolg kriegen. Ob ich den euch jetzt antun will? Nein. Den machen wir ja irgendwann anders. Komm, ich möchte ja wieder rein, Jungens. wo ist der cockpit ach du meine lieben herrn ihr geht alle sterben hier ist nichts mehr ich möchte der cockpit lande paris jan jetzt auch wenn ich dass ich da nicht in das baumschiff kann haben wir ja ja geht doch die folge ist ja vorbei mit spaß gemacht dass du nicht mal ist